Morgen Leuchte und Kapitäne und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Seacross-Kanal und herzlich willkommen zur Ausblick-Folge auf unser Update 13.4. World of Washes wird wohl um den 16.05.2024 diese Mai-Update releasen und da sind wieder jede Menge Inhalte drin. Natürlich können wir euch in diesem Video noch nicht alles zeigen, weil wir wissen auch nicht alles im Vorfeld, aber es gibt schon einige Punkte. Es wird auch wieder Gameplay geben hier in diesem Video, was wir jetzt eben schon sehen können. Wir waren auf dem PTS, wir haben die Newsartikel wieder miteinander verglichen und so ein bisschen reingeguckt, was könnte da überall dabei sein und wir haben wieder eine kleine Auswahl für euch zusammengestellt. Jetzt lehnt euch gerne zurück und lasst uns mal gucken, was uns so erwartet. Bevor wir auf die D-Day-Unternehmen gehen, die ihr hier oben links schon seht, wollen wir aber erstmal über die Clan Wars sprechen. Denn die Clan Wars Saison wird am 20. Mai in eine neue Saison gehen, nämlich in die 25. hört auf den Namen Ice Bear und wird nur bis zum 10.06.2024 dauern. Also gerade mal so 20, 21 Tage, je nachdem in welcher Zeitzone und wo, auf welchem Server man connected ist, dann eben, wenn man eben lebt. Prinzipiell gehen diese Gefechte dann eben diese, ja, 21 Tage, sagen wir jetzt einfach mal, im Format 7 gegen 7 auf der Stufe 10. Dann Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer sind zugelassen, maximal zwei Schlachtschiffe pro Team. Keine U-Boote, keine Flugzeugträger. Wichtig ist aber, dass in dieser Clan Wars Saison nämlich ein neues Feature ausprobiert wird, nämlich die Hilfsverbrauchsmaterialien. Und bei den einen oder anderen von euch macht das jetzt schon Klingeling, denn die Hilfsverbrauchsmaterialien, die hatten wir ja schon in den Piñata-Gefechten um den 1. April herum. Und das waren diese ganz bunten, schrillen Gefechte mit, ja, verschiedenen Interpretationen, was ein Schiff noch alles so an Hilfsverbrauchsmaterialien eben nutzen kann. Da waren Nebelwerfer dabei, dass die Schiffe sich selber einnebeln konnten. Da gab es Minenfelder zum Beispiel. Da gab es aber auch koordinierte Notreparatur. Das heißt, ein gesamtes Team wurde repariert. All so eine Sachen. Allerdings haben sie ein paar Sachen angepasst jetzt für die Clan Wars. Prinzipiell haben sie zwar schon mal zwei Möglichkeiten rausgenommen, nämlich eiserner Vorhang und Bomberpatrouille anfordern. Die beiden Sachen gibt es gar nicht mehr in der Clan Wars Saison, die jetzt in den Türen steht. Eiserner Vorhang war so eine Art Unverwundbarkeitsmodus, wenn ich mich recht entsinne. Und die Bomberpatrouille, das war eben so ein Bereich, da konnte man sagen, da bitte patrouillieren. Und wenn ein Schiff vom Gegner da reinfuhr, dann hat der Bomber die da halt angegriffen. Das gibt es jetzt halt nicht mehr. Und auch das koordinierte Feuer, das wurde überarbeitet. Existiert also weiterhin. Vorher war es so, dass jede Granate einen prozentual höheren Schaden gemacht hat. Jetzt ist es so, dass die Streuungsellipse 15 Prozent genauer wird für den Bereich, den man da eben markiert hat. Also wird am Ende da auch der Schaden gesteigert, den der Gegner kassiert, weil die Granaten eben mehr auf den Punkt kommen. Man muss aber richtig zielen, also damit das überhaupt richtig funktioniert. Dann kann man schon mal sagen, gibt es dann natürlich die verschiedenen Typen, die habe ich euch ja eben gerade schon eingeblendet. Aber es gibt halt auch nicht für alle Schiffstypen, alle von diesen Hilfsverbrauchsmaterialien. Sondern für Zerstörer eben zum Beispiel nur Minenabwerfen, gemeinsame Flottenmanöver und koordiniertes Feuer. Für Kreuzer sieht die ganze Geschichte dann wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir dann hier die Notreparatur, die erzwungene Partsituation, die Minenabwerfengeschichte und koordiniertes Feuer. Und beim Schlachtschiff ist es wiederum ein bisschen anders. Dann gibt es auch da keine unbegrenzte Anzahl an Aufladungen, sondern sie haben sich jetzt festgelegt. Koordinierte Notreparatur, sieben Aufladungen maximal in der Division, also in dem gesamten Team. Nebelvorhang einmal, erzwungene Partsituation maximal viermal, Minenabwerfen dreimal, gemeinsame Flottenmanöver zweimal und koordiniertes Feuer maximal zweimal verfügbar. Also da gibt es auf jeden Fall in dem Sinne schon ein paar Einschränkungen, da das nicht unendlich in die Höhe getrieben wird. Prinzipiell kann man noch sagen, dass die Clan-Gefechtssaison 25 keinen Einfluss auf die Qualifikation für das KOTS-Turnier haben wird. Das ist ja neu seit diesem Jahr, dass quasi die Teilnahme an den Turnieren dann Qualifikationspunkte gibt, um dann für KOTS qualifiziert zu sein und daran teilzunehmen. Es ist also ganz gleich, wie die Testgefechte ausfallen und man gewinnt oder verliert da in dem Sinne halt nichts. In der nächsten Saison, also in der Saison 26, werden die Hilfsverbrauchsmaterialien wieder nicht mit am Start sein. Das heißt, die nächste Saison, also nach der Eisbär-Variante hier, da wird wieder alles zumindest ohne Hilfsverbrauchsmaterialien ablaufen. Das können wir uns jetzt auch schon mal merken. Ich bin jetzt sehr gespannt, was eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte bei der Clan-War-Geschichte ist. Dass wir so eine kurze Saison haben, dass Hilfsverbrauchsmaterialien plötzlich eine Rolle spielen und so eine ganze Geschichte. Auf der einen Seite bin ich wirklich sehr gespannt, weil auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man natürlich sagt, nö, möchte ich irgendwie nicht, dass sich das ändert. Die Clan-War-Saison oder die Clan-Wars sind doch so gut, wie sie gerade sind. Auf der anderen Seite kann ich gut verstehen, wenn man auch sagt, ey, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie da ein bisschen was ausprobieren. Weil wir in den Clan-Wars ja nun mal super koordiniert vorgehen. Wir sind im Discord, wir sind im Teamspeak und so können wir noch koordinierter unser Verbrauchsmaterialien einsetzen, unserem Team helfen, den Nebel legen für eine Desmo zum Beispiel. Keine Ahnung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die man da einsetzen kann und das gibt den Clan-War-Gefechten vielleicht noch mal ein bisschen mehr Tiefe. Weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt auf eure konstruktiven Kommentare zu den Hilfsverbrauchsmaterialien oder seht ihr sie vielleicht in einem anderen Gefechtsmodus auch? Nicht in den Clan-Gefechten, sondern vielleicht in gewerteten Gefechten, vielleicht in Zufallsgefechten eher als in Clan-Gefechten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr da so für Ideen zu habt. Und jetzt kommen wir zu den D-Days, denn in der dritten Woche im Update 13.4 wird die erste D-Day-Unternehmung freigeschaltet. Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Landung in der Normandie, 80. Jahrestag, hat sich Wargaming was Besonderes ausgedacht. Dieses Event geht dann sogar rein bis ins Update 13.5 mit zwei weiteren Unternehmen. In dem ersten Unternehmen können wir nur Alliierte spielen. Es ist unsere Aufgabe, die Landung zu sichern, also Küstenanlagen zu zerstören und die Landungsboote durchzubekommen. Für Minengürtel werden uns entgegengeworfen größere Flugzeugstaffeln, werden uns entgegengeworfen Schnellboote, Zerstörer. Und all das müssen wir dann entsprechend passend bekämpfen. Für meine Begriffe waren gute Schiffe zum Beispiel die Atlanta. Aufgrund der relativ kurzen Nachladdezeit und der hohen Beweglichkeit, der hohen Geschwindigkeit konnte man damit ganz gut was machen. Wichtig zu erwähnen ist dann vielleicht, wir spielen im Modus 6 gegen 6. Alliierte Nationen, habe ich schon gesagt, spielen eine Rolle. Und wichtig ist zu sagen, auch die Hauptaufgabe dieses Unternehmens wird relativ einfach zu erledigen sein. Entscheidend ist aber auch, dass die Nebenaufgaben erfolgreich geschafft werden und dann auch mehrfach geschafft werden, weil wir damit nämlich Sterne verdienen. Und mit diesen Sternen können wir wiederum Belohnungen freischalten, wie Geheimdienstberichte zum Beispiel. Geheimdienstberichte stärken unser Schiff gegen Aufgaben, die uns in diesen Unternehmen erwarten. Also zum Beispiel machen wir dann mehr Schaden gegen Strukturen, mehr Schaden gegen Schnellboote, mehr Schaden gegen Zerstörer zum Beispiel. Bessere Flugabwehr, solche ganzen Geschichten sind dann möglich. Es gibt bei den Geheimdienstberichten drei Abstufungen, nämlich vertraulich, geheim und streng geheim. Umso höher die Stufe ist von dem Geheimdienstbericht, den man freigeschaltet hat, desto besser sind die Boni, die wir mit unserem Schiff dann da erhalten. Wir erhalten aber nicht nur Geheimdienstberichte dort, sondern unter anderem auch Kapitäne mit besonderem Portrait. Wir können da Container freischalten, wo dann wiederum andere Schiffe drin sein können. Zum Beispiel die Rodney, die Mount Calm und die Orion 44. Die Drop-Chance, muss man ganz ehrlich sagen, sind super gering mit 0,1%. Genauso beim Premium-Container mit einem 1% Drop-Chance. Ist halt nicht sonderlich pralle. Ich vermute aber, dass auch da wieder irgendeine Möglichkeit existieren wird, diese Schiffe anderwaltig dann freizuschalten. Und nicht nur hier aus diesen Containern. Prinzipiell gibt es aber auch zum Beispiel noch eine schöne Tarnung hier für die Baltimore zum Beispiel. Es gibt auch für die Jervis eine besondere Tarnung, die man nur hier über diese Belohnung freischalten kann, wenn man hier dieses Event dann eben spielt. Und zu den Geheimdienstdaten oder zu den Geheimdienstberichten als solches kann man vielleicht noch sagen, es gibt zwölf verschiedene, sechs für die Achsenmächte, sechs für die Alliierten. Und wie ich eben schon gesagt habe, sind sie jeweils in drei Stufen dann unterteilt in halt vertraulich geheim und streng geheim. Und umso höher die Stufe, desto besser ist die ganze Nummer. Ja, das ist das, was wir zu den D-Day-Unternehmen hier an der Stelle jetzt erstmal sagen können. Finde ich auf jeden Fall eine mega Sache, auch wenn diese Unternehmen voraussichtlich erstmal nur im Rahmen des D-Day-Events verfügbar sein werden im Spiel. Weil ich hoffe, dass die Stimme unserer Community so laut ist, dass diese drei Unternehmen am besten später wieder ins Spiel zurückfinden werden. Vielleicht nicht mit dieser ganzen Kulisse, die sie hier dahinter haben, aber erstmal so, wie es jetzt hier ist. Also dieses Gameplay und solches ist auf jeden Fall mal gar nicht so schlecht aus meiner Sicht. In Update 13.4 gibt es wieder eine neue oder eigentlich alte Sache, die wir schon im Update 12.7 das erste Mal dabei hatten. Und zwar den sogenannten Tauschhandel oder Trade-In. Wir können Schiffe, die wir zum Beispiel nicht benutzen oder wir für Kohle wieder freischalten können in der Waffenkammer, in Zahlung geben. Und dafür uns einen Rabatt auf einem anderen Schiff quasi freischalten. Ja, das heißt also, wir geben jetzt als Beispiel die Forrest Sherman in Zahlung und schalten uns dafür die Karl-Johan frei. Dann wird für die Forrest Sherman ein gewisser Dublonenwert angerechnet und dafür können wir dann die Karl-Johan hier zum Beispiel eben freischalten. Die ist ja aktuell nicht anders bekommbar oder erhältlich. Ich glaube, in der Waffenkammer ist sie nicht, im Premium-Store ist sie definitiv nicht. Da habe ich eben gerade schon mal nachgeguckt. Also, das wäre zum Beispiel eine dieser Sachen und man könnte sie Forrest Sherman später sich dann wieder für Kohle immer nochmal wieder in den Hafen reinstellen. Wichtig ist vielleicht zu erwähnen, wenn euer Schiff, was ihr eintauscht, mehr wert ist, als das Schiff, was ihr bekommt, dann gibt es dafür keine Rückzahlung oder Rückvergütung oder solche Sachen. Da müssen wir also selbstständig drauf aufpassen. Es kann immer nur ein Schiff gegen ein anderes Schiff gehandelt werden und nicht zwei oder drei Schiffe gegen ein Schiff oder solche Sachen. Das wird wohl auch diesmal wieder so sein. Da gibt es halt eine Riesenliste, was wir alles eintauschen können. Und ein Schiff davon, was ich jetzt hier so rausgesucht habe, was eben noch nicht anders erhältlich ist, ist eben jetzt hier die Karl-Johan. Ich glaube, die Mine Gumo zum Beispiel, die war ja auch vor einiger Zeit schon mal erhältlich hier im Spiel, ist ja aber aktuell nicht einzeln erhältlich, wäre dann auch hier möglich, im Tauschhandel hier sich einen Rabatt eben freizuschalten. Kommen wir zum Staatenbund, der Vorabzugang endet, Leute. Mit dem Update 13.4 wird der komplette Forschungsbaum des Staatenbundes 3 erforschbar, dann runter bis zur Cerberus, dem T10-Schwerenkreuzer der Kammerwels oder der Staatenbund-Schiffe hier. Und ja, das ist eine der großen positiven Nachrichten, die wir dann haben. Wir können jetzt diese Nation komplett kostenlos durchspielen. Es wird auch wieder Balance-Änderungen geben im Spiel mit dem Update 13.4. Voraussichtlich gibt es Änderungen bei der Fenyang, beim Chip Smasher, bei der Sillywangi, Shungbu, Yomi Hari, Yodo, Vladivostok, Monarch, Annapolis und auch der Kondé. Okay, dazu gibt es bereits schon ein separates Video bei uns auf dem Kanal, wo wir diese Änderungen kurz besprechen. Stichwort Superheal für die Monarch oder nochmal deutlich bessere Genauigkeit bei der Yomi Hari. Die Fenyang kann jetzt plötzlich Kreuzer treffen. Vorher waren es nur Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Und noch ein paar andere Sachen sind da mit dabei. Also schaut da gerne nochmal mit rein. Das sind auf jeden Fall nochmal zwei zusätzliche Sachen, die wir hier haben. Was auch aufgefallen ist, zumindest mir hier auf dem PTS, in der Vergangenheit war es immer so, dass wir uns den Event-Pass oder den Gefechts-Pass angucken konnten, den World of Warships für das Update dann vorgesehen hat. In diesem Update 13.4 gibt es hier keinen Gefechts- oder Event-Pass an der Seite. Ob das jetzt bedeutet, dass kein Event-Pass da ist oder dass eventuell ein Pass kommt, aber wir den jetzt noch nicht sehen sollen, das ist im Moment noch nicht ganz klar. Ich möchte jetzt hier an der Stelle nur darauf hinweisen, dass aktuell kein Event-Pass zu sehen ist auf dem PTS. Und damit sind wir schon fast am Ende mit den Infos zum Update 13.4. Ich habe aber noch ein, zwei Sachen. Wichtig zu erwähnen ist, die beiden Sachen, die ich euch jetzt sage, die haben nichts mit dem Update 13.4 direkt zu tun. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Die Brennus, die wird für Forschungsbüropunkte ins Spiel irgendwann kommen, wenn sie dann final getestet ist und Wargaming sagt, sie möchten sie releasen. Das kann also jetzt mit dem Update 13.4 sein, das kann aber auch mit einem Update ferner Zukunft sein. Dazu auch die Kommissar. Die kommt nämlich für Stahl ins Spiel und die ist ja schon sieben oder acht Monate im Testschiff. Also da dürfen wir gespannt sein, ob sie dann mit dem Update 13.4 mit dabei ist oder ob sie auch da in einem der zukünftigen Updates dann mit erhältlich sein wird. Weitere Inhalte, die dazukommen, sind zum Beispiel zwei neue Kapitänporträts. Es gibt eine neue Flagge und es wird auch eine neue Schiffstarnung für die St. Vincent geben. Wie genau diese Dinge ins Spiel kommen, ist zurzeit jetzt auch unbekannt. Und damit sind wir einmal komplett durch zu den Infos, die wir aktuell auf dem PTS sehen konnten, was sich denn in dem Mai-Update dann so tun kann oder tun wird. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Dinge für euch dabei. Wenn es so ist, denkt an den Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal kostenlos, empfehlt uns gerne weiter innerhalb eures Clans, eurer Freunde, eurer Familie, die sich halt auch mit World of Warships beschäftigen. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr auf Livestreams steht, dann schaut gerne dienstags, mittwochs und samstags 20 Uhr bei uns bei Twitch vorbei. Oder ihr könnt auch hier bei YouTube ganz bequem zuschauen, weil wir die Livestreams auch immer bei YouTube mit übertragen. Also in dem Sinne würde mich freuen, wenn ihr dann da mit dabei seid. Und dann sage ich jetzt, danke für eure Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Secret-Team, euer Andi. Ciao, ciao.